ja hallo liebe filmfreunde und filmfreaks da draußen herzlich willkommen auf meinem kanal und zu einem neuen unboxing video hier ich muss ehrlich sagen ich bin einfach überwältigt bin wirklich überwältigt dieses media book jetzt endlich in meiner sammlung zu haben ist es ist ja wirklich schon eine rarität es ist ja wirklich schon eine gute rarität die zu preisen angeboten wird die ja also wo ich mir wirklich die frage stelle wie kommt man auf solche preise ja es ist out of print alles schön und gut aber das ist ja wahnsinn das ist ja wirklich wahnsinn also es geht halt um den film der emmy tv horror aus dem jahre 2005 sprich das remake das original hat aus den 70er jahren ich weiß jetzt nicht genau aus welchem jahr muss auch ehrlich sagen das original kenne ich auch nicht ich kenne nur das remake was ich gesehen habe und ich finde diesen film einfach nur richtig genial absolut klasse und ja was soll man dazu sagen also ich habe es jetzt wirklich für einen preis bekommen ich konnte auch mit dem verkäufer sogar noch ein bisschen handeln konnte ihn dann sogar noch um 6 euro drücken und habe dann insgesamt mit versandkosten war ich auf jeden fall unter 37 euro für dieses media book ich habe hier die cover b variante es gibt noch die cover a variante das ist diese hier wo ich aber sagen muss die cover a variante nimmt sich jetzt nicht sonderlich viel zu der cover b variante sehen beide schön aus definitiv ich weiß jetzt gar nicht ob es eine dritte cover variante gibt ich habe da geguckt also ich habe da jetzt nichts gefunden wenn dann korrigiert mich dann ruhig mal in den kommentaren wenn es noch eine cover c variante geben sollte halt jetzt von dem remake ich weiß natürlich auch dass es eine kollektion nochmal rausgekommen ist wo das remake enthalten war und ja da war ich am überlegen dazu zu schlagen aber ich habe mir ja so gedacht eigentlich bist ja nur scharf auf das remake die anderen teile interessieren dich ja wirklich eigentlich gar nicht die gehen ja eigentlich ja wirklich sage ich mal so vorbei und ja ich wollte halt nur diese variante haben muss auch sagen eine lange suche geht jetzt endlich zu ende ich habe dieses gute stück in meiner sammlung ich bin einfach wirklich nur abgrundtief happy ich freue mich darüber dass ich halt eben dieses media book jetzt in meiner sammlung habe weil ich wollte halt den film die ganze zeit schon sehr sehr lange updaten auf jeden fall auch großes großes lob an den verkäufer wie es verpackt wurde also das war ja wirklich wahnsinn dass es definitiv ein sammler gewesen also erstmal ein auch ein etwas größerer karton ausgestopft mit zeitung wie sau das media book in zeitung eingewickelt bis zum geltner ich packte die zeitung aus und es war noch mal zusätzlich in einem luftpolster verpackt ja also dieser verkäufer weiß definitiv wie man media books behandelt und wie man sie dann natürlich auch verschicken tut ja ich habe mir auch mal wieder ein neues fanshirt gegönnt wie im letzten video auch schon zu sehen war und ja paar neue fanshirts mussten auch sein eins habe ich noch das ziehe ich dann beim nächsten video mal anzeige ich euch dann auch mal und ja aber es geht ja jetzt nicht um das t shirt es geht um dieses schöne media book wie gesagt aus dem der film aus dem jahre 2005 ja und ich muss sagen absolut grandiose schauspielerische leistung alleine von wain reynolds der hier den george lutz spielt muss ehrlich sagen mich hat er gepackt mich hat er überzeugt man hat auch das war für mich jetzt auch mal so ein ding wo ich sagen kann alles war wain reynolds er kann nicht nur er kann nicht nur komödien spielen er kann auch richtig ernstere themen angehen auch sage ich jetzt mal so psychopathen das kann er auch spielen er kann in horror filmen und kann er mitwirken das hat er drauf ich habe ihm das definitiv abgenommen ich fand es sehr sehr gut und ja man sieht halt in dem film die veränderung von einem menschen das sagt die persönlichkeitsveränderung es geht einfach darum george und katie lutz natürlich gespielt von wain reynolds wer jetzt katie lutz spielt das habe ich jetzt eigentlich gerade gar nicht recherchiert muss ich ehrlich sagen mein fehler und ja aber na gut ziehen mitsamt der drei kinder die natürlich aus erster ehe sind in ein haus und ja was sie natürlich auch nicht wissen dass er in dem jahr zuvor ein gewisser anderer junger mann einfach mal so im schlaf seine eltern getötet hat und ja verzeihung und sie ziehen da ein und dann nach geraumer zeit stellt man dann natürlich bei george gewisse persönlichkeitsveränderungen fest weil am anfang so halt so dieser sage ich mal lockere stiefvater zu den drei kindern einfach locker und halt auch mit einigen lustigen sprüchen so parat und man sieht dann halt dann er verändert sich immer mehr und mehr wird dann immer ernster auch sage ich mal aggressiver er geht dann schon so richtig so in diese psychopathen schiene rein und da bekommt dann immer mehr und mehr wahnvorstellungen er hört dann halt aus dem dass das haus zu ihm spricht er soll seine familie töten und ja dadurch nimmt das ganze dann seinen lauf mehr möchte ich natürlich jetzt nicht sagen schaut euch der film ganz einfach an diejenigen die ihn noch nicht gesehen haben absolute klasse ich finde wirklich sehr sehr gut weil hier hat wirklich mal gezeigt wird dass wain reynolds hat auch andere rollen spielen kann so und ich würde sagen ich mache das gute stück jetzt hier einfach mal bin sehr sehr gespannt media book natürlich auch ovp gewesen jetzt nicht mehr bei mir gibt es keine media books die ovp sind bei mir wird ausgepackt weil ich möchte natürlich mir die media box angucken ich möchte sie lesen und ich möchte natürlich auch den film schauen muss natürlich sagen absolute klasse hier gibt es nichts auf dem ersten blick zu negatives zu mängeln keine sichtbaren schäden oder sonstiges dergleichen wie gesagt hat hier die cover variante die cover b variante wirklich sehr sehr schön dann haben wir hier den bein und hier die rückseite und ja ich muss ja wirklich sagen also die cover das cover sieht ja heute richtig schon geil aus halt alleine durch dieses grün ich bin natürlich grün grün eine meiner absoluten lieblingsfarben finde ich richtig geil und das ist halt wirklich also ein richtiges ekelgrün sage ich mal so leichtes apfelgrün finde ich absolut klasse ja so lange geredet und ich würde sagen wir gucken uns das gute stück jetzt einfach mal aus der nähe an bis gleich ja da sind wir jetzt auch in der ego perspektive um uns diese schöne media book mal halt aus der nähe anzuschauen ich muss natürlich sagen ich bin von den nsm records media books sowieso sehr sehr begeistert ich habe natürlich auch einige andere in meiner sammlung und ich glaube auch mal dass ich hier bei diesem media book auch nicht enttäuscht werde ich hoffe es zumindest halt hier diese cover b variante die mir halt wirklich sehr sehr gut gefällt muss auch sagen die cover a variante sieht auch sehr sehr schön das kann sich auch sehen lassen und dann haben wir hier die rückseite halt hier mit der inhaltsangabe die ich halt versucht habe wieder mit meinen worten wieder zu geben könnt ihr euch mal durchlesen einfach mal auf pause drücken haben wir auch einige szenenbilder die credits und dann hier die technischen daten und auch ein paar einige extras und limitiert ist das teil auf 500 stück ich habe die nummer 377 und dann hier das bein und ich würde sagen wir gucken uns jetzt mal das gute stück von innen so und hier lächelt uns natürlich die blu-ray das gleich an sehr sehr schönes sehr sehr schönes artwork gefällt mir richtig gut das knackt hier ein bisschen aber es ist nichts beschädigt ja hier auch wieder mit einem schönen innendruck und dann kommen wir jetzt mal zum booklet ein böses haus ein blick auf der emitter horror ein wahres verbrechen und ja also hier werde ich natürlich wieder nicht enttäuscht gut text auch wieder schön mit bildmaterial wieder schön schön verteilt muss ich ehrlich sagen ich mag das ja wenn halt nicht nur text drin ist sondern halt auch gut bildmaterial hat eine gute mischung so aus beidem und das ist hier definitiv der fall und die bilder natürlich auch relativ scharf ja gut booklet hat jetzt wirklich relativ klein aber trotzdem halt sehr sehr gut text mit dabei freue mich auf jeden fall darauf es zu lesen hier die dvd mit diesem artwork kann sich auch sehen lassen sehr sehr schick gemacht und halt ja was einkommen der innendruck ein komplett bild ergibt finde ich schön gut man hätte jetzt natürlich auch ein anderes hintergrund motiv wählen können aber ja gut das ist jetzt meckern halt auf hohem niveau trotzdem bin ich damit definitiv zufrieden das ist wieder rein und ja ich muss sagen ein sehr sehr schönes media book und wir gehen noch mal kurz zurück zum hauptschauen bis gleich ja liebe filmfreunde und filmfreaks das war das media book zu der emitter horror in der cover b variante ich muss ehrlich sagen ich bin wirklich sehr sehr zufrieden für den preis den ich bezahlt habe absolut legitim muss aber auch ehrlich sagen dass halt das media book hat wirklich wenig seiten hat muss ich ehrlich sagen aber trotzdem gut text mit dabei ist auch von der gestaltung her kann sich definitiv sehen lassen muss ich ehrlich sagen wäre es mir jetzt auch definitiv jetzt nicht ein höherer preis jetzt wert gewesen muss ich ganz ehrlich sagen weil die überzogenen preise die da angeboten dann alleine hatte ich jetzt auch kurz noch gesehen habt gebraucht für 50 euro also ab 50 euro geht es los aber ich meine gut das muss jeder für sich selber wissen wenn man halt bereit ist so viel geld dafür auszugeben ich war es nicht was sagt ich wäre es nicht gewesen deswegen danke an den verkäufer der es mir halt für eine wirklich noch humaneren preis verkauft hat bin ich definitiv voll und ganz zufrieden freue mich natürlich auch endlich darauf den film mal wieder zu sichtigen weil ich hatte ihn jetzt komplett gar nicht mehr in meiner sammlung äh ich hatte ja dann geguckt äh ich hatte nur digital mal gehabt ja ich hatte nur mal digital aber habe ich jetzt auch nicht mehr leider ja bin froh dass ich ihn jetzt endlich wieder in meiner sammlung habe so dass ich mal wieder sichten kann freue mich auf jeden fall drauf und ja schreibt es mir ruhig mal in die kommentare wie findet ihr dieses media book habt ihr es vielleicht auch in eurer sammlung einfach ruhig mal reinschreiben auch wie ihr das video findet allgemein könnt ihr ruhig mal alles reinbauen wie ihr möchtet ich hoffe euch hat dieses video gefallen zeigt mir ruhig mal einen daumen nach oben wenn es euch auch gefallen hat und könnt mir auch gerne ein abo da ein abo da lassen dann verpasst ihr kein neues video mehr von mir und ja ich bedanke mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal bleibt alle gesund macht's gut und